Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Scooter Video und ja, heute mache ich einfach, ich probiere einen Träger aus, den ich schon lange üben will und ich mache ihn jetzt heute und ihr seid nicht live, aber seid dabei, wie ich ihn übe und ja, abonniert gerne meinen Kanal, Maki A heißt er und abonniert auch meinen Freundskanal, der heißt Maki M und ja, ich fange jetzt einfach an. Und wenn ihr ein Abo auf meinem Kanal und auch auf seinem macht und ein Like, dann bekommt ihr das ganze Leben lang Knacks. Auf jeden Fall. Also ich habe den Trick geschafft und ich weiß nicht, was ich jetzt noch viel machen soll. Hast du eine Idee? Nein. Und wenn ihr Deutscher seid, probiert dieses Wort auszusprechen. Wenn ihr das schafft, dann lasst ein Like da. Und ein Abo und dann bekommt ihr einen ganze Leben lang Knacks. Vertraut mir. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und wenn ihr da noch unter meinem letzten Video habt, in die Kommentare schreibt, dann habt ihr... Scheiße, ich habe mich sofort vergessen. Ja, egal. Wenn ihr in unserem letzten Video Knacks rein schreibt, dann bekommt ihr plus 500 Knacks beim nächsten Test in der Schule. Also dann schreibt ihr, wenn ihr Deutsche seid, eine Eins oder wenn ihr aus der Schweiz kommt, eine Sechs. Dann kommt ihr auf Knacks-Basis. Warte, jetzt probiere ich noch etwas anderes aus. Hui, das war aber los. Mann, wir dürfen eigentlich hier nicht mehr raus, das wäre ein so bester Spot. Ja. Wir haben einfach keine Ideen mehr, was wir hier finden sollen. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare, wo wir auch mal... Wenn ihr wisst, wenn ihr aus der Schweiz kommt und denen eine gute Umgebung kennt, dann kannst du uns heute tun, wenn man gut mit der Bahn fahren kann. Dann schreibt es uns unten mal gerne in die Kommentare. Also die Katze der Dopen hat unser Kanal abonniert, geliked und habt Knacks in die Comments, in die Comments geschrieben, weil die hat komplett Knacks. Oder? Ja. Was macht ihr für Faxen da oben? Ja, die kommt da wieder runter. Ich glaube, die weiß, dass wir ein Video machen. Die hat sehr viel Knacks. Ich gebe wieder runter, ciao. Oder soll ich die hoch machen? Und ich gehe hoch. Äh, wohin? Jetzt hat ein Kanal abonniert, hallo. Und du? Mein neues Knacks-Bobby-Car. Genau. Und es ist komplett langweilig. Und warum? Katze. Oh mein Gott. Okay, ich dachte gerade, die läuft so rüber. Gut, sie hat... Das hält so viel Knacks gefällt. Wenn ihr sie 10 mal auf 10 Google-Konto kontaktiert habt, dann kann man den Kanal abonniert. Aber Leute, wenn ihr solche Scooter-Videos feiert, ich weiß, dieses Scooter-Video ist jetzt recht lahm, aber wenn ihr Scooter-Videos feiert, dann lasst ein Like da und tschau.